Da geht er hin, der aufgeblasene, schlechte Köln. Und kriegt das hübsche junge Ding und einem Enkel Geld dazu, was nicht so sein. Und hört sich doch an, dass er es ist, der sich was verriegt. Was erzähl ich mich dir? Was erzähl ich 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 dir? Aber wie kann das wirklich sein, dass ich die kleine Rose war? Und dass ich auch einmal die alte Frau sein will. Die alte Frau, die alte Marschallin. Siegst es, da geht die alte Wüstenreise hin. Wie kann denn das geschehen? Wie macht denn das, der liebe Gott? Und wenn er schon so machen muss, Warum lässt er mich zuschauen dabei? Was erzähl ich dir? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020